In diesem Schritt möchten wir uns nun damit beschäftigen, unseren eigenen AEC-Bemaßungsstil zu erstellen und ihn nachher dann auch vernünftig auf unsere Zeichnung zu bekommen. Um einen eigenen Stil zu erstellen, gehen wir im Reiter Beschriften in der Kategorie Bemaßung auf das Doktor-Menü und auf Bemaßungsstile verwalten. Alternativ können wir den Befehl BEM-Stil eingeben und kommen somit ins gleiche Menü. In diesem Bemaßungsstil-Manager finden wir alle in der Zeichnung vorhandenen Bemaßungsstile. Das gleiche wie bei den Textstilen gilt, dass ein Dreikant anzeigt, dieser Bemaßungsstil ist ein Beschriftungsobjekt, soll heißen, er wird abhängig vom Maßstab seine Größe ändern. Die, die keinen Beschriftungsdreikant haben, werden sich nicht abhängig von der Größe ändern. Der BEM 2.0 ist der Maßstab, den wir im letzten Video einmal geändert haben, mit der Textflüge 8. Auf dessen Grundlage werden wir nun einen neuen Textstil erzeugen. Wir gehen dafür auf das Dialogfeld Neu. Wir benennen ihn sinnvoll für unsere Zeichnung und stellen sicher, dass der Haken bei Beschriftung gesetzt ist. Das folgende Fenster, das sich öffnet, zeigt uns die Grundeinstellungen, die wir eben bei den normalen linearen Bemaßungen auch gesehen haben. Und wir können hier nun nach Belieben an unseren eigenen Stil erzeugen und anpassen. Ich werde zuerst einmal die Schrägpfeile anpassen, zum Beispiel die Pfeilgröße in etwas Größeres ändern, sowie den Text in unseren eigens erstellten Cut-Start-Text ändern. Da unser Cut-Start-Text eine Papiertexthöhe von 0 hat, aber trotzdem ein Beschriftungsobjekt ist, haben wir die Möglichkeit nun, in dem Bemaßungsstil die Texthöhe manuell festzulegen. Und ich werde die in diesem Fall einfach auf 2 setzen. Dieses Vorschaufenster auf der rechten Seite zeigt euch eine ungefähre Darstellung eures Bemaßungsstils an. Aber bitte nehmt dieses nicht als bare Münze, sondern überprüft die Größen und die Längen eurer Schriftarten und Schrägpfeile immer im Modell. Der Reiter, der euch weisern auch interessieren würde, ist der Reiter Primäreinheiten. Hier könnt ihr das Einheitenformat als Dezimal festsetzen. Man könnte im Prinzip auch auf Architektur wechseln, aber das sind dann Zoll und das möchten wir nicht. Wir setzen die Genauigkeit auf mindestens drei Nachkommastellen bei Metern fest und stellen sicher, dass wir keinen Suffix oder Präfix haben. Falls euch mal im Text hier nur irgendwie Nullen angezeigt werden oder etwas anderes, überprüft, ob hier im Präfix und Suffix vielleicht etwas drin steht. Als letztes werden wir einmal in die Linien schauen. Wir stellen sicher, dass unsere ganzen Linien auf von Layer sind, damit unsere Layerfarbe im Endeffekt alle Linieneinstellungen für die Bemaßung besteuert. Wir können des Weiteren festlegen, ob unsere Hilfslinien bis an die Ausgangspunkte gehen und vielleicht einen Ursprung davon bekommen, dass alle letztendlich mit einer gleichen Distanz von der Wand abgehen oder aber, ob sie eine feste Länge von beispielsweise 10 besitzen oder 5, die die ganze Länge dieser Hilfslinie beschränkt. Falls euer Bemaßungsstil einmal kein Beschriftungsobjekt ist, weil ihr das versehentlich den Haken nicht gesetzt habt, könnt ihr im Reiter Anpassen hier im Nachhinein diesen Haken für Beschriftung noch setzen. Wenn ihr damit mit den Einstellungen zufrieden seid, sagt ihr OK und schließt diesen Bemaßungsstilmanager und seht, dass er hier oben einen neuen Stil-Cutstart beim Stil erzeugt hat. Wir geben jetzt einmal eine Bemaßung ein. Ich werde dafür Punkte auswählen. Und wir stellen mit Schrecken fest, dass wir immer noch unseren alten BEM 2.0 Stil verwendet haben, den wir daran erkennen, dass wir hier die dreieckigen Schrägpfeile haben. Um unseren eigens erstellten Bemaßungsstil auch in die Zeichnung zu bekommen, müssen wir einen weiteren Schritt tun. Dieser Schritt ist, dass wir in den Bemaßungsstil, in den ARC-Bemaßungsstil gehen, und der Shortcut dafür ist ARC-DIMM-Style. Uns öffnet sich folgendes Fenster. Hier gibt es zwei Eigenschaften, die uns interessieren. Das erste ist, dass wir in den Dokumentationsobjekten unter den ARC-Bemaßungsstilen diese drei Bemaßungsstile finden. Diese drei sind äquivalent zu den Bemaßungsstilen, die wir hier oben in der Bemaßung auch schon im letzten Video gesehen haben. Da wir uns für die Standardbemaßung entschieden haben, die aus einer Maßkette besteht, können wir die anderen beiden getrost ignorieren. Wenn wir auf diesen Bemaßungsstil klicken, ist standardmäßig dieses Fenster allgemein auf. Wir wechseln auf den Reiter Darstellungseigenschaften und werden nun mit einer Reihe von Darstellungen konfrontiert. Diese Darstellungen, obwohl sie Plan 1 zu 100 usw. heißen, haben im Endeffekt nichts mit dem Maßstab zu tun, sondern sind einfach nur Benennungen für eine Darstellungsart, wie man sie umswitchen kann. Hier unten, neben dem Maßstab, werdet ihr standardmäßig einen Reiter finden, der eure Darstellungen anzeigt. Hier steht jetzt Eingabe 1 zu 100. Das ist die Darstellung, die ihr gerade in dieser Zeichnung zum Drucken oder was auch immer anhabt. Für Cut Start könnt ihr euch diese auf einem lassen, beispielsweise 1 zu 100 und könnt hier einfach nur den Stil überschreiben. Dafür wählt ihr diesen Stil an. Ihr werdet auch sehen, dass dieser der aktive ist, da der halt ein bisschen fett und schwarz ist. Um diesen zu überschreiben, könnt ihr entweder ihn anwählen und auf diesen Haken doppelklicken oder ihr klickt einmal in diesem Fenster und bearbeitet die Anzeigeeigenschaften. Hier gibt es drei Reiter. Wir interessieren uns momentan für den Reiter weitere. Hier sehen wir, dass in der Darstellung 1 zu 100, die wir hier unten auch finden, der gerade der Bemaßungsstil BEM 2.0 mm verwendet wird. Wir wechseln hier auf unseren Cut Start BEM Stil und ziehen auch hier die Hilfslinien mit fester Länge raus, da wir die Länge der Hilfslinien schon in unserem Bemaßungsstil festgelegt haben. Wir wenden das an, bestätigen das und werden so sehen, dass nun unser Bemaßungsstil sich abhängig zu unseren eigenen Einstellungen, die wir im Bemaßungsstil hier getroffen haben, ändert. Wenn wir nun diesen Stil ändern, indem wir beispielsweise die Papiertextil ändern auf 5 und die Zeichnung einmal regenerieren mit dem Befehl Regen, wird sich unsere Zeichnung bzw. unser Bemaßungsstil an die Änderungen anpassen. ... ...